Die extreme Steifigkeit des geschweißten Edelstahlgerippes erlaubt die spannungsfreie Integration des Wassertanks direkt in das Varus-Aufbaugerippe. Bei dieser als Schlingmann-Tanktechnologie STT bezeichneten Konstruktion werden sieben Teilsegmente aus Glasfaser verstärktem Kunststoff ins spezielle Aufnahmeprofile eingeklebt und ergeben zusammen mit dem Edelstahlgerippe eine neue Funktionseinheit. Die Befestigung des STT-Tanks ist somit wartungsfrei. Gegenüber konventionellen Wassertanks, die formbedingt ungenutzte Freiräume zwischen Tank und Aufbau entstehen lassen, kann das Tankvolumen ohne Beeinträchtigung des Gerätevolumens um bis zu 20 Prozent vergrößert werden. Über die mit einem freien Einlauf ausgestattete Tankfüllleitung kann der Tank mit einem Druck von bis zu 12 Bar befüllt werden. Eine Überwachung des Fülldrucks ist nicht notwendig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017